So, jetzt gibt es die neuen Blackbox-Kanonenschläge. Keine Glücksspiele hier, keine Glücksspiele hier. Auf wie viel Silberwien willst du wetten? Oh ja, ich hab schon fast gesehen. Der Puffer sind auch schwer anzukriegen. Blackbox-Kanonenschläge. Ja, jetzt geht er an. Die sind kaum anzukriegen. Ja, der ging so. Aber zwei Puffer? Ja, die sind auch Schrott. Ja, ich hab schon gesehen. Ja.